In diesem Video geht es um die vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels und darum, dass die Wechselwirkungen zwischen Klimasystem und menschlichen Systemen nicht linear sind, sondern mehrdimensional und skalenübergreifend, also wirklich komplex. Wir werden uns ein Beispiel der Systematisierung anschauen, wie diese Wirkungen auf menschliche Systeme untergliedert werden können und verstanden werden können und wir schauen uns die regionale Ungleichheit dieser Auswirkungen an. Die Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und menschlicher Gesellschaft und Wirtschaft sind tatsächlich komplex, sprich sie folgen nicht linearen Dynamiken, es gibt zahlreiche involvierte Subsysteme, es gibt zeitliche und räumliche Abstände zwischen Ursache und Wirkung, und Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Maßstabsebenen. Hier sind eine ganze Reihe von Prozessen involviert. Geophysikalische Prozesse, es geht um Stoffkreisläufe von Kohlenstoff, von Stickstoff, von Wasser, es geht beispielsweise um die Versauerung der Ozeane. Es sind ökologische Prozesse involviert, denken wir an die Abnahme der Artenvielfalt, denken wir an die Verschiebung von Ökosystemen. Aber auch ökonomische Prozesse, denken wir an die Finanzmärkte, an das Wirtschaftswachstum, an Energiesysteme und so weiter. Soziokulturelle Prozesse spielen eine Rolle. Anpassungsfähigkeit von Menschen an Klimawandelfolgen, Ungleichheit zwischen verschiedenen sozioökonomischen Gruppen, Bildung, Rollenbilder, Werteverständnisse und so weiter. Aber auch politische Prozesse, denken wir an die Aushandlungsprozesse von Emissionsreduktionen oder von Klimawandelanpassung. Diskurse und Macht spielen hier eine wichtige Rolle. Der Klimawandel bedroht grundsätzlich die Stabilität von menschlichen Systemen und das Erreichen von Entwicklungszielen ganz konkret. Und der Klimawandel verstärkt bestehende Probleme und Risiken, ist also ein sogenannter Threat-Multiplier. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, die Auswirkungen des Klimawandels auf menschliche gesellschaftliche Systeme zu systematisieren. Ein sehr eingängiges Beispiel, wie die Wechselwirkungen zwischen Klima und menschlichen Systemen systematisiert werden kann, liefert das Sphärenkonzept basierend auf Ökosystemdienstleistungen des APCC. Das ist der österreichische Klimarat. Das entspricht auf nationaler Ebene dem Weltklimarat. Dieses Sphärenkonzept betrachtet das Gesamtsystem Erde aus einer sehr geografischen Perspektive als gekoppeltes Mensch-Umweltsystem. Damit ermöglicht es uns, Verbindungen zwischen der globalen Ebene des Klimawandels und lokalen, gekoppelten sozial-ökologischen Systemen herzustellen. Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen fungiert hier als Vermittler zwischen den ökologischen Systemen auf der einen Seite und den sozial-wirtschaftlichen Systemen auf der anderen Seite. Zu den ökologischen Systemen der Natursphäre zählen hier beispielsweise die Hydrosphäre, aber auch die Kryosphäre, die Biosphäre, die Atmosphäre, die Reliefsphäre und die Pädosphäre. Auf der Seite der Anthroposphäre, der menschlichen Systeme, sind soziale Systeme, ist die Ökonomie, beispielsweise auch der Tourismus, sind aber auch Gesundheit, Infrastruktur, Siedlungen oder Naturgefahren.